ja hallo ihr lieben willkommen zurück zu hillclimb racing 2 ich hatte ja gesagt mal gucken was es noch für städte oder was es für level gibt ich habe sie gefunden und zwar hier zum freischalten natürlich hatte ich doch vorher schon angeklickt 4000 für den wald die stadt für 12.000 und den berg für 30.000 ist es wohl auch erst mal jetzt habe ich ganz vergessen hier die kiste auf zu machen und das mache ich mal ganz kurz ein hauge im blick ja was auch immer das ist 750 oder 1500 wenn ich mir entscheiden muss ist doch ganz klar was man nimmt ich darf beides nehmen cool so und was haben wir denn hier ach das ist ja ein rangpunkt alles klar aber ich dürfte doch theoretisch eine motorrolle haben oder wollen wir ja ja nicht gratis ja natürlich und moment so werbung zu ende weil ich habe nichts dagegen wenn in meinen videos unten werbung läuft aber nicht dass ich für andere werbung machen nein das auf keinen fall so was haben wir denn hier an optik wir haben zweimal fahrer optik das nehmen wir ja was gibt es denn noch neues ach da sieht es ein bisschen aus wie mr bean ralf ja das sieht gut aus das finde ich doch mal hier ist ansprechend und ach wir haben noch kohle komm neuer motor was soll der jetzt und auf zum luft pokal rennt ja nicht so viel zeit hier verschwenden gelungener start und wir ziehen was ist das das ist neu oh das wäre fast schief gegangen das hätten wir hinter uns gebracht luft pokal landweg ok 101 das ist also echt lächerlich was man hier an münzen einsammelt ja da muss man echt aufpassen wenn man hinterher hängt auf den letzten metern tatsächlich noch gewonnen wer hätte das denn gedacht so und auch wieder nur 105 105 münzen auch es gibt noch ein drittes rennen das war schlecht das war sehr schlecht oh na gut dass wir reichlich punkte schon vorgelegt haben so reicht es leider nur für den zweiten platz aua und dann noch auf der nase gelegt aber letzten endes ist der erste platz drin 100 so eine acht stunden truhe ja siehst du 32 diamanten wollen sie jetzt von uns haben das sehe ich nicht ein mal ganz davon abgesehen habe ich keine ahnung was so ein diamant wert ist gleich ab ins nächste rennen keine zeit verschwenden jetzt ist natürlich die frage spiele ich da jetzt gerade live gegen diese ganzen leute oder aber ich könnte eigentlich nur computer gegner sein weil dafür gewinne ich viel zu oft es kann sich also wirklich nur um computer gegner handeln weil menschliche gegenspieler würden sich nicht so dusselig anstellen meine ganz persönliche meinung dazu wobei natürlich die fahne dafür spricht oh und tschüss also es können eigentlich wirklich nur computer gegner sein das ist meine meinung belehrt mich gerne eines besseren aber so hier kann ich mir gucken bis gleich so da bin ich wieder also in meiner kiste waren drin neue beine vom bauern finde ich eigentlich vollkommen überflüssig hier in diesem spiel weil man sieht die beine noch ähnlich außer du fällst aus der kerre raus so ein bisschen kohle und was das hier sehr geil und was ist das mensch das hätte ich noch viel früher klicken können so die nächste in sechs und die nächste in 13 stunden 16 minuten alles klar damit können wir doch gut umgehen gehen ins nächste rennen und ha 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 kündigt jetzt auf mit sein neuer motor äh federung auf jeden fall und dann bleibt noch kohle über für was haben wir denn noch 533333 nehmen wir allrad hier also es spricht von der art und weise her vieles für live spiele allerdings kann ich mir nicht vorstellen obwohl doch hier mihawk der legt ganz gut nach doch 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 so aber das können eigentlich nur werte sein von den spielern die sie früher mal hatten weil warum sollten die alle darauf warten dass ich auf los klicke mama hat meine mütze verloren 6er flugzeit auch nicht schlecht jedenfalls ein neuer rekord und das dritte rennen es gibt ja eh wieder nur 100 ich sollte lernen früher abzubremsen so dreimal neuen rekord kein wunder drei runden mit neu getuntem auto 12 die kohle passt auch nicht aber wir können noch ein rennen machen das gibt das noch her und gelungener start ok eh dann der bose sollte wahrscheinlich boss heißen aber na gut rechtschreibung gibt es im internet halt günstig da muss es nicht immer richtig sein außerdem bin ich auch einer von diesen kandidaten die in letzter zeit alles noch klein schreiben weil das internet das einfach provoziert das internet ist schuld dass wir alle nicht mehr lernen zu schreiben oder nicht mehr schreiben können das sieht schon schön aus vierer flugzeug wow meine mütze ist schon wieder weg also grafisch aufpoliert haben sie es wunderbar der mehrspieler modus reizt natürlich oh und ich behaupte immer noch das sind keine live rennen das geht gar nicht wo das war es schon das ist komm einer geht noch einer geht noch einer geht noch soll ja nicht so sein dass man hier nichts geboten bekommt na so den ersten hat es schon das heißt es sind nur noch zwei gegner da kein neuer rekord aber der roller ist aber ganz gut abgehoben gerade na raja oder racher ja und ich glaube ich bin jetzt hier doch im vorteil auf jeden fall kommt noch ein drittes rennen ja es ist jedes mal warum fahre ich da nicht langsam runter muss ich natürlich hoffen dass ich die noch einhole der vorteil ist ich habe die ersten beiden rennen ja gewonnen damit bin ich bei sieben punkten bin trotzdem noch erster matti hat es nicht gepackt er geht mit ganzen zwei punkten nach hause und da fast geschafft okay das heißt in der nächsten folge werden wir wahrscheinlich auf bronze eins beziehungsweise drei ich habe nicht aufgepasst was davor kam kommen und mit aller wahrscheinlichkeit nach ich glaube ich spare mal hier so ein bisschen auf den wald können wir uns dann habe ich freunde ich habe doch keine freunde lade freunde ein irgendwas wollte ich dann noch machen hier können wir mal gucken wie sieht es denn bei mir aus 5.778 oh 5.533.083 ist meine einer hier und lokal 1.029.826 naja gut ausbaufähig ich denke mal die millionenmakel werden wir auch knacken in der nächsten folge also schaut wieder rein und kommentiert subscribe was auch immer bis dann ciao